Die Satelliten für Operation Asche wurden an Admiral Bersio geliefert. Die nächste Mission ist ebenso wichtig. Inferno hat Zugriffsfreigabe für ein Geheim-Observatorium des Imperators auf dem Planeten Pileo. Es enthält gefährliche Artefakte, die der Feind nicht bekommen darf. Das Observatorium wird von einer Mantelverteidigung geschützt. Miko, Sie haben die nötige technische Expertise. Rüsten Sie eine Expedition aus. Finden und zerstören Sie das Observatorium. Wenn das Imperium hier ist, dann war mein Gefühl wohl richtig. Dieser Planet muss etwas ganz Besonderes sein. Du bleibst hier, Erzrohr. Ihre Scanner hat uns bestimmt entdeckt. Ah. Schon okay, Erzrohr. Du bleibst hier, okay? Ganz kurz mehr Erfahrung über die Lug. Schub. Macht, um wegzustossen. Abwehr. Bewegt eine Entladung der Macht aus dem Boden. Gegner im Wirkungsbereich Schaden zufickt und Sprinten. Das klingt doch gut. Dann können wir ihn noch blocken. Jawohl. Aha. Ich dachte, links ist noch einer. Ja, genau. Gegen ein Laserschwert. Du bist clever. Sieht aus, als würde das ein Pirium abgefressen. Hm. Uff. So. Ich würde gerne hier hoch. Und da kommt die Verstärkung. Jetzt muss ich aufpassen. Ganz kurz einen Moment warten. Und los. Boah. Was stehe ich denn auf dir drauf? Ich kann es nicht in der Luft benutzen. Ich kann es nicht in der Luft benutzen. Okay. So noch. Da oben. Oh. Wir stecken uns aber ganz kurz hier. Und. Da. So wollte ich das nicht. Ja, bleibt uns nichts anderes übrig hier. Ich bin wohl nicht der Einzige, der sich wünscht, das Imperium wäre nicht hier. Ja. Ja. Ich muss alle töten, die hier sind. Da unten. Gut. Ah nein, ich muss es zerstören. Ob das wohl geht? Nicht. Hallo? Hallo? Kann ich jemand hören? Wer sind Sie? Ich habe Sie rufen gehört. Ich kenne, als würden Sie Hilfe brauchen. Ja, das stimmt. Könnten Sie mich wohl hier rausholen? Halten Sie stehen. Ich weiß, wer Sie sind. Warum helfen Sie mir? Weil Sie gefragt haben. Nein, 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 nein. Das wird nicht bringen. Aber das hier. Hör, warten Sie. Er bitte. Ja, bitte. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sind hier die Einbringlinge Der Bernstein, der ist wie Durastal Das Zeug wird fast sofort hart Und zerspringt auch bei Kontakt Es ist hier Wir nähern uns dem Observatorium des Imperators Darum sind Sie also hier Keine Sorge Ich will es zerstören Ja, und warum? Moment Das Observatorium ist geschützt Wenn ich die Verteidigung nicht entschärfe Explodiert die ganze Höhle und vergräbt uns Mist Was steckt denn im Bernstein? Ich liege das Terminal frei So etwa? Besser Verteidigungssystem aktiviert Jetzt tickt die Uhr wirklich Ihr Verteidigungssystem stört die Biosphäre Ich glaube, wir wechseln die Gruppe auf Das Ich halte Sie auf Machen Sie weiter Noch mehr von denen Die Käfer sehen sich gerade glücklich aus Ich verstehe Gar nicht verstehen Ja, kommt jetzt hier, Dreckslinger Da haben wir's Oh man Hilfe 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 Es dauert aber, Mann, mit der Verteidigung hier Nur noch ein Terminal Ja. Ach so. Oh, nochmal das gleiche. Bei deinem Tempo, wo du das freischautest. Das scheint es. Das Glück nicht im Bestandteil der Macht. Ich bin nicht der, der hier im Lahmarschen ist. Ich brauche Hilfe mit den Käfern. Okay. Oh, man! Ja, sicher. Ja, sicher. Und... Was auch hinter den Türen ist, die Käfer mögen es nicht. Da ist kein Schloss an dem Ding. Wie soll ich da bloß reinkommen? Mit dem Schlüssel. Warum hat der Imperator einen Bunker, der sich nur mit der Macht erfüllen lässt? Sagen Sie's mir! Der Mann, der den Jedi-Orden vernichtet hat, war insgeheim einer von ihnen? Ich meine, sie haben sich als Junge auf Coruscant vor den falschen Dingen gefürchtet. Hier ist nichts Gefährliches drin. Der Imperator beschützt. Schrott! Das ist alles wertlos. Nein, nicht alles. Was ist das? Ich möchte diesen Kompass behalten, wenn ich darf. Ich muss diesen Ort zerstören. Warum sollte ich Ihnen das erlauben? Weil ich gefragt habe. Danke. Ich hindere Sie nicht an Ihrer Mission. Aber hat das Imperium nicht schon genug Unschuldigen geschadet? Gut, dass wir uns getroffen haben, Del. Und was passiert jetzt? Wir beide gehen getrennte Wege und tun so, als wäre das alles nie passiert? Das können Sie nicht, Del. Es tobt noch ein Konflikt in Ihnen. Natürlich tobt da ein Konflikt. Ich bin nicht blind. Ich weiß, wozu das Imperium fähig ist, aber... Was bleibt mir sonst? Eine Wahl. Die Rebellion? Nein. Die Wahl, besser zu sein. Möge die Macht mit Ihnen sein. Damit lunch ran raus. Alle beimulaitt notionen Sie essential sein clan für die Fake Life – in Marcie. Möge das salvation. U Interview war der Regel im Ohlaund. Die Welt screamed und ich meine Site cleanser, in der Kontrolle vom Gelderland.